fall deine lebenssituation zu das problem ja und für die kann ich nun mal nix ich will ihn nur ausrichten aber warum greift jetzt auf einmal die tür an wo ich eigentlich alles verarschen soll ich hab so ein bisschen vergessen dass wir zweifach einen drop haben ich habe schon mittlerweile schon mehr als genug sorgen können und ich hab äh elder och gott wo ist ein deppner das kann ich so weit weg machen die jetzt gerade würde ich die tür kaputt von ihm nicht verarschen ich sehe auch einfach gar nix ach noch ein spawner mit noch einem skelett plus eins sagt der mann der irgendwo steht und holz abbaut gerade mache ich essen könnte deine hilfe gebrauchen habe ich doch schon einmal ja naja und wofür dafür kupfer erwerber mehr als immerhin schon mal für kupfer also ich hätte jetzt 18 das müssen wir durch zwei rechnen das heißt ich hätte neun in dieser gefunden ich glaube so viel habe ich noch nie gefunden okay das ist dann schon auch was ich sagen würde okay check und eingang habe ich glaube und zweimal elder spawner habe ich glaube ich auch noch nicht gehabt naja okay aber naja neun stücke ist trotzdem viel ich glaube das könnte rekord sein für mich persönlich auch das muss ich wirklich wegnehmen sonst haben wir haben wobei einmal kohle ja hab ich mal einmal kohle so back home warte mal du hier bist fertig du hier bist fertig cross warum hab ich zwei kackeln denn in der tscheche warum zeigt twitch jetzt erst an dass ich was ich äh egal äh keine ahnung vielleicht hat was getroppt ich habe übrigens Nvidia Broadcaster den installiert und seitdem läuft alles gefühlt ich dachte ich hab's dir gesagt dass das irgendwie probleme macht oder also jetzt mal Rekord ohne jetzt zu äh ja ja ne ne hast du ja recht hast du gesagt ja kannst du auch den installieren musst du die sdk runterladen dann kannst du den Filter über OBS benutzen ohne dass eine extra App läuft ja ein bisschen könnte könnte ein bisschen zu klein werden ne also später würde es auf jeden fall noch größer werden müssen ich hab's auch nur gesagt erweitungstechnisch das sind sogar 5 von mir das erhöht war das nicht mal 4 na egal ok ja ich meine es wäre mal 4 gewesen aber vielleicht vertue ich mich auch ich hab noch einen Stein wenn du willst ach so deswegen hab ich sie nicht aufgenommen äh ja wir müssen jetzt mal gucken wo ich sie jetzt hinbaue weil die können ja nur im Boden platziert werden ne ja also ich würde sie hier so dazwischen oder ich mach mal kurz mal Invental ja ich könnte sowieso das miteinander verbinden dann können wir die unten lang führen rüber oder so ich weiß nur nicht ob wir dann die Werkbank da umstellen also ich würde sie sowieso dann umstellen ja gut das kann doch mehr als einfach passieren dass wir Werkbanken umstellen müssen die ist ja auch nur da weil wir sie brauchen und so ja richtig äh aber wir brauchen eigentlich noch eine neue Kiste ne ja es wird nicht besser äh ja gut aber es ist schon relativ groß ne also müsste ich hier glaube ich noch verbreitern guck mal warte ich komm ja 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 ein bisschen oder also an dem Stein entlang also guck mal wenn du siehst hier wo ich stehe so rüber ja 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 so dieses Stück würde ich das auch nicht machen fühle ich ja was sollen wir eigentlich nochmal Holz sammeln so ein Stack oder so ach ne wir können nur 10 rein machen dann will ich spielen auch ohne Mann in coal killen ja ja scheiß sein ja ne oh wenn wir eine Kupferachse haben wir das alles 5 mal schneller mit da kommt schon wieder so ein Railing wo ich das Wasser bekommen die das einfach nicht begreift schön wäre es wenn sie ablaufen ja verstehe ich aber da tun sie ja leider nicht ich werde mal kurz stehen hinter dir hinter dir ja ja ich hab den gesehen hab den mitgekriegt so und jetzt hier höchter Lieferando oh Gott besser als diese Uber Eats Werbung ja gut das die macht mich aggressiv muss ich den Satz sagen ey die erste also warte mal wir müssen noch kurz You taste Picnic Rewe to go gibt es sonst irgendwas ne wahrscheinlich ist das alles ähm diese diese Uber Eats Werbung die hat mich richtig die hat mich so sehr abgeschreckt von Uber Eats äh dass ich dass ich immer wirklich die Werbung gesehen habe ich gedacht Freunde bei euch werde ich nie bestellen diese Werbung die ihr dann mir zeigt die ist absolut gross die ist absolut widerlich Alter ich würde nie bei euch bestellen die kennst du diese allererste wo die wo die in den Döner beißt und dann über ihr geht ja find ich ja ganz schrecklich da krieche aber ich fühl deine Problematik wer das ist äh das ist äh aber die gibt es auch so ganz schnell die gab es nicht mehr Pum 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 5,6,7? ne ja ich weiß dass ich erst den Pum 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 ich weiß gerade gar nicht ob äh ob die Forge das Feuer der Forge sich auch aufentwickelt weil er hier sein soll ah das weiß ich nicht warum es natürlich nicht ne so viel Schatz hab ich jetzt Auto Pum 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 hey Warrior ja ist doch gut jetzt mach doch das was ich will mach dir bei dir was ich will du bist das nicht gewohnt Frau kennt Hund Katze ich weiß ja nicht wie schwierig die aussagen weil sie wahr sind oder irgendwie wenn du Todeswünsche hast also wie lange kennst du mich ich hab immer Todeswünsche mein Freund aber da passen 25 rein ist das erhöht wohl lass ich nur mal 10 ja eigentlich hm jetzt sind 50 drin ich geh mal Kupfer holen naja wobei ich doch wir können auch schlafen ne weiß ich mir was einfach nicht das stört mich er hat aber nicht mal was denn wie ich das hier aufgebaut hab oder? ne ich bei mir hier das stört was das ist nicht gebraucht was ist denn hier schon wieder sag mal warum bist du gut oh warte mal komm mal bitte her ja hab da glaube ich wir haben äh ein Problem ich was denn liegt der bei dir jetzt auch nochmal Holz oh die toll ne hier ist der naja ok dann hast du machst du mal dein Auto Pickard aus deswegen du Holz liegen lässt mit v äh mit y ist das y bei mir passiert bei y nix jetzt Auto v ist das automatisch ich habe das holz aufgehoben und da platziert also es sah nicht nur so ich habe da was platziert ja oder die dinger gehen kaputt wegen auch keine ahnung vielleicht war das auch leicht in der luft oder aber wir könnten übrigens schlafen was nicht heißt dass wir schlafen müssen aber wir könnten es ist schon spät genug was macht der wien ich wusste nicht aufbauen wenn man immer von unten gehört ja doch das geht schon nicht weil ich habe so verkehrt herumgedreht oder habe ich gewundert warum das ist natürlich okay da muss ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen jetzt hier aber überall weil wenn du mal guckst wenn du mal reinkommst und jetzt zum lager gehen willst oder zu unserer bergbahn zukünftigen bla schmiede wie auch immer das ist ein bisschen ungünstig gewählt wenn ich irgendwie bin ja mit der treppe meinst du ja ja genau das ist schon auch überall wollte ich troll hinlegen aber da fehlt uns hier ein abgeld für das konnte ich noch nicht hinlegen ja ich werde noch kurz zu gehen naja gehen wir mal um ihn und naja verstehe ich aber darf ich dir gleich was zeigen ja ich glaube der enemy es hier wird ja oh gott das ist ja ein wirklich ja wir brauchen ja wir brauchen ja feuer wir brauchen einen zaun ja oder das ah ich liebe dieses geräusch wenn alles fertig ist ja wenn alles fertig ist das muss jetzt du entscheiden aber ich bin ein großer freund von diesen türen jaja es ist okay das war ja mein plan deswegen hast du ja schon so gemacht aber können wir warte mal krieg ich die guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal warte ich will nur ein ja 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 chill 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 eine kohle aufsammeln schon mal damit ich jetzt eine freistellung ja oh nein ich krieg's nicht ich krieg's nicht na guck mal da hängt die oben nicht mach mal offen warte mal mach die mal offen ja dann hängt die nach oben nicht du musst nur die andere jetzt beschnippt kriegen naja pass auf normalerweise war die so das weiß ich nicht kannst du doch machen ist doch kein thema das war jetzt knapp oder wenn die reichweite gereicht hätte ich was von deinem zweiten stock aufgebaut dann kommen wir ja nicht dazwischen weil die profi arbeiten so gehen ich gehe dann mal kupfer ja war jetzt leider nicht die klügste idee alle meine kohle in einem rein zu machen wenn ich zwei habe aber hey ich glaube ich weiß was ich bin grundlegende fehler gemacht ich bin mal die eine kohle noch bitte was soll ich ja natürlich weil da kann ich einen kohle äh peil bauen dann brauchen wir hier nicht eine kiste zu verschwenden so kupfer kupfer ich komme und ich drücke immer das steam overlay ich möchte kotzen ach so weißt du was ich jetzt mache bevor ich rübergehe ich brauche jetzt eine scheiße bienen anders kriegen wir niru nicht ja auch diesen move kann ich jetzt existieren anders kriegen wir niru jetzt einen scheiß hund jetzt habe ich schon so viel bienen und dann das ist doch hier auch getan auch echt einen bienenstock bauen was bauen wir dafür ja das ist eine gute frage aber ich bleibe aber eigentlich ist das gar nicht so kompliziert aber ich kann keinen bauen wir haben bestimmt irgendein update was wir gerade nicht haben ja äh jetzt wieder angezeigt war ich gerade blind oder so was tust du da ja ich will keine ahnung ja ich war aber anscheinend blind ich brauche holz es führt kein weh drin vorbei dass du kommst alt 0 neu dej mir fällt gerade auf dass du die höhler hier vielleicht ein bisschen deutlich gestellt hat oder dass du die noch mal umbauen muss weil sonst können wir den weg raus aus dem links nicht bauen wenn ich mir so antworten werdet ihr freuen soll ich was sagen ja dann haben wir in die hand und bau sie um ich wollte es dir nur gesagt haben ja nein ist ja okay ja ich weiß ja nicht so ganz genau was im kopf was aber ja wenn es nicht passt dann brauchst du warum mein gott ich hab dir das steht ja er das ist gerade also bis auf das ist fertig bauen so jetzt stehen unsere bienen endlich mal aber lang genug ich würde so hier im baum der macht noch was du den eingeladen oder dem also den gestehen denn er muss auch werden ja genau ich wollte den jetzt nicht abbrechen der witz ich kann sich sorgen ja jetzt abbrechen den die die dinge so naja wo fühlt man ein hier also was zwei seien das geht doch das gilt du hast ja einmal einmal kuhl und einmal eisen muss ja beide sein auch wenn es für einen langen aber eigentlich müssten wir die später weil er da schon 20 stück intus hatte da war schon fast voll habe ich ihn auch erst gedreht und dachte mir das passt anscheinend nicht und dann habe ich es wieder zurückgedreht als wir es aufhiel war ja schon da waren schon 15 und dann fiel ihm es auf und dann hat er sich gedacht ich mache er hat einfach weitergemacht er hörte nicht auf damit macht man keine späße das war auch nicht auf er zieht das auch wieder in den dreck so betont so wie du es so wie du es betont hast war das schon gefährlich es ist auch wirklich schwierig mit ihm dein fang nicht ja das ist es ja aber du gehörst nicht auf warum nimmt er jetzt hier die letzte stufe nicht kann mir das mal einer erklären liegt irgendwie an der tür ich weiß noch nicht ganz warum aber erst die stufe und dann die tür ja das habe ich ja jetzt auch deswegen habe ich ja die tür sowieso abgebaut und jetzt kommen wir es nochmal guckin mein alter freund würdest du mir bitte nicht bei allem was ich immer auf den sack gehen danke er nimmt das er nimmt es jetzt endlich aber man kann ja davon halten was man will ne aber ich muss sagen das doppel-resource das ist schon nice das ist schon aber warum können das nicht teleportet werden habe ich das nicht so eingestellt dass es teleportet werden kann und jetzt ein ernst du mir meine kiste dahin stellen für eisen und so also für für metalle ja weil der schmerzt direkt manche oder das ist mir egal aber ich komme jetzt schon mit 30 tun und da ich kein holz und so mehr aufnehmen kann jetzt 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 fällt die meines holz ja ja du standst du daneben als ich äh holz abgebaut habe und gesagt habe eigentlich müssen wir noch mal ja ich ich das war einfach nur da her gelarbert ich wusste das volks her du kannst hier auf der kannst hier die insel mal ein bisschen freiräumen damit da das gehege da ja mach ich gleich mach ich gleich ich glaube das gehege müsste wir trotzdem näher rennen aber ich glaube das ist super ja jetzt erstmal meine pfeile wieder holen die musste alles raus werden für das zinn ja ja er geht ja so schnell nicht weg aber ja wollte ich jetzt auch nicht auf den zinn verzichten ja ganz ehrlich ich hab jetzt eine für die kohle gemacht daneben und ja 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 genau gegen neben den punkt weißt du er hat dich schon verstanden und jetzt berliner ist schon wieder viel mehr verliebt war es weil du dingspunks gesagt hast oder was war jetzt das berlin wie willst du? kannst du? weißt du? ja das war aber ja ich bin mir jetzt nicht sicher ob das jetzt so berlin also ja das war berliner nur 1% ja so jetzt bin ich auf jeden fall schon mal deutlich zufriedener mit dem andrick aber wie viel zinn hier einfach nur ist nicht wirklich da deine Gehegeinsel war ein bisschen ja ich glaube ich kann erstmal zurückkommen wenn ich schlafen kann wenn ich mir so die die helligkeit angucke da werde ich halt mal gucken was war die ratio? 2 zu 1? 2 Zinn? 2 Kuffer? 1 Zinn ne? 2 Kuffer 1 Zinn genau da wäre auf jeden fall das erste Wagen nicht schlecht damit ich so viel wie möglich abbauen kann ja ja das ist tatsache auch schon immer mein erstes ziel hast du versucht den Stein da abzubauen oder? oder? Aber in dem Stein war noch ein Stein oder hab ich keine Lust mehr. Da hab ich, nee, ja. Mit der Kupfwachs oder so ist das okay, aber nicht mit der scheiß Endler, wo du 500 Jahre brauchst, bis da was kaputt geht. Ach so übrigens hab ich mir Matrix 4 reingezogen. Ist okay, aber ein scheiß Matrix-Film? Ja, aber er ist schon ein okayer Action-Film. Und man muss ja auch wieder, also man hat in allgemeiner neuen Hollywood-Manier halt alles auf Retro gesetzt, damit der Film mal gewirrt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich fand das neue Sion was da ist, tatsächlich. Das find ich nicht, ich fand auch die Bugs toll, aber man hat sie halt verkauft. So, das ist, der Charakter ist halt nahe Not untergegangen. So, das ist leider sehr schade. Hier weiter nach links können wir gar nicht gehen, ne. Wir werden die Schweine verdauern und ein bisschen Pech. Ja. Und der Baum ist leider ins Nix gegangen. Warte mal, ich versuch mal, wie ich ran suche. Wo bist du denn? Ach da. Ja, hinter dir. Hast du eigentlich die Filme, die sind jetzt schon älter, aber hast du die Filme im John Wick-Universum Continental geguckt? Äh, ne. Die kann ich empfehlen. Warte, ich zack mal in der Früchte, wenn du dich schon zur Hand holst. Wer zack ist doch eh auch. Oh, die Drei-Kontinente-Filme kann ich empfehlen, die sind nice. Hätte ich auch. Ja, sehr schön. Keine Ressourcen verschwindet. Auch wenn du einen Lock sich grad nicht entscheiden konntest, welches Inventar er wollte. Weil sie das scheiße aus, wenn die so vergammeln würden, wie die, die schon rumliegen, da wär's ja okay. Ja, ja. Aber so sehen sie halt. Die Schöne halt bis zur Unendlichkeit. Ja, genau. Bis zur Unendlichkeit nur viel weiter. Den Lock, den musstest du jetzt hier in den Weg stellen, ne? Ja, du baust doch hier. Ich hab jetzt... Ich wollte ihn jetzt nicht so irgendwo hinstellen. Wollte ich mir nicht das Lagerlau bauen? Ja. Erstmal wollen wir über Kupfer... Also... Erstmal war die Ansage, wir ruhen Kupfer und ich fahr ans anscheinend. Ja, ich komm da jetzt mit. Ich hab ja... ...nuf dein Rückkehr gewartet, junger Jedi. Oh, da bin ich mittlerweile auch schon... Achja, du hast ja Star Wars hier spiel. Ah. Wieder ein Civ, oder was? Naja, ich mach ja gerade das, äh... Oh, scheiße, das geht nicht. Ich mach gerade meinen Account fertig mit allen Charakteren. Ich bin gerade, ähm, Jedi Councilor, den ich jetzt theoretisch schon fertig hatte, aber ich wollte jetzt mit dem, weil ich gerade drin bin, die die anderen DLCs auch machen. Äh, mir fehlt jetzt noch ein Jedi... Ja. Alter, das ist auch frei. Ey, das geht nicht. Äh, mir fehlt jetzt noch nen... Äh... Hast du gerade die Werkbank abge... Ja, warte, warte. Die gucke ich wieder. Jede Sekunde. Geil. Mir fehlt jetzt noch ein Jedi Knight auf, äh, 50. Und, äh... Äh... Äh, ihr haben was, ihr haben was Gewehr Technisches. Ich weiß gar nicht was. Ich glaube, den Schmuggler habe ich, als müsste es der Dicke sein mit seinem Midi-Gang. Ich glaube, der ist es dann. Ja, ja, ja. Das kann doch nicht sein, dass ich da nicht rankomme. So ne Frechheit. immer noch weiter nach links und der frische bonbons jetzt nicht doch den highlight haben nicht nicht erwarte das war falsches deutsch nichts essen ist keine dosierung nichts essen ist ein ich habe nicht ich habe nicht gesagt nicht dass ich hab nur gesagt ich habe ja du bist ja von bonbon für mich ist ein bonbon was süßes für mich ist es schön darauf an welcher art von bonbon frist ja naja ok aber jetzt frau aber so viel bonbon frisst also ich würde sagen dass zu 95 prozent aller bonbons ich irgendwie zu hause mal habe weil er hatte wurde aktuell besitze sind eher medizinisch süßigkeiten weißt du sowieso dick und so ein scheiß sonst wüsste ich auch gar nicht wo man sich fressen soll ich will ihn doch jetzt nur totkriegen das war es ist jetzt ein scheiß ernst und du triffst einfach nicht oder was ja ich habe zweimal oder so daneben geholfen aber jetzt halt alles so macht man das wow meiner stadt da ganz hinten im wald aller und ich habe eine möwe getroffen die du die jederzeit wegfliegen können ja das ist jetzt deine entschuldigung ja dass du dich getroffen hast naja wie gesagt jetzt die frage ist ja was du für bonbon frisst das war okay ja was sind denn süße bonbons außerdem danke ich weiß dass ich süß bin ich habe von den bonbons geredet wenn ich von kotzpastellen rede kotzpastellen natürlich erinnert es jetzt das sind so fruchten naja gut aber sowas will ich zum beispiel gar nicht fressen das ist ja auch nicht mein geschmack oder ja dank nicht gott sei dank eier was weißt du was ich müsste ich müsste mir leid antun warum musstest du dir leid antun ich weiß jetzt nicht ja das ist richtig